Jolan Chu und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und heute ist mal wieder einer dieser sehr spannenden Tage, denn heute Abend gibt es den neuen Arcfall, das heißt Enterprise Part 3 kommt, also Teil 3 und wir wissen jetzt schon, dass es eine kleine Neuigkeit gibt, wo wir noch ein bisschen mehr Arbeit haben. Aber bevor ich da einsteige, noch der kurze Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist und meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber schauen wir mal ganz kurz in die Ankündigung von Scopely. Die erzählen uns, dass es eine ganze Latte neuer Dinge gibt in der Artefaktgalerie, nämlich temporale Artefakte. Die sollen zusätzlich zu den bestehenden Artefakten noch ein paar Boni bringen und die bekommt man aber ganz anders. Das hat jetzt nichts mehr mit Formationsarmadas zu tun, sondern schon wieder mit der delphischen Ausdehnung. Denn in dem Bereich wird es auch neue Feinde geben, sozusagen stille Feinde. Ich habe die Ankündigung immer nur auf Englisch. Also ich habe die noch nie auf Deutsch gesehen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen raten, wie sie es hinterher auf Deutsch nennen werden. Aber ich gehe mal davon aus, da sie das meiste so eins zu eins übersetzen und selbst das Dominion, dass sie das hier auch tun werden. Also die neuen Feinde heißen stille Feinde und da wird es neue Systeme geben im Sindiraum, wofür man schon wieder neue Reisetoken braucht. Und die führen dann am Ende diese neuen Feinde zu diesen temporalen Artefakten. Diese neuen Feinde sind eben, wie gesagt, im Sindiraum und im sogenannten stillen Nebel. Und du kannst jeden Tag in der Ex-Borg-Fraktion dir diese stillen Nebel-Tokens holen, um da rein zu fliegen. Und dort musst du dann diese Feinde abschießen, um dann sogenannte, jetzt muss man mal gucken, wie die Dinger heißen, temporale Disruptor-Teile. Die musst du dir holen durch das Abschießen der stillen Feinde. Und die kannst du dann in der Artefakt-Galerie gegen Teile für diese neuen temporalen Artefakte umtauschen. Und die haben ja auch wieder eine Grafik veröffentlicht für den ganzen Loop, wie man das macht. Und das fängt eben damit an, dass du dir das Paket holst in der Ex-Borg-Fraktion, damit du überhaupt in diese Nebel reinfliegen kannst. Dann fliegst du in diesen Nebel rein, schießt dann stille Feinde und bekommst dann diese temporalen Disruptor-Teile. Und dann tauscht du diese temporalen Disruptor-Teile für Kisten ein, die temporale Disruptor-Teile, Schiffsteile und Orbit-Medaillen enthalten. Über die Orbit-Medaillen freue ich mich sehr, weil man die für einige Prime-Forschung braucht. Also bin ich sehr glücklich, dass man die jetzt auch gratis bekommt, denn vorher konnte man die nur sehr teuer im Shop kaufen. Und das wie gesagt, dann nimmst du diese temporalen Disruptor und holst dir temporale Artefakt-Teile. Der Vorteil bei den Dingern ist, dass du dir aussuchen kannst, für welches temporale Artefakt-Teile. Das funktioniert also genauso, wie mit diesen Überresten bei den Artefakten, die über Level 15 sind. Das heißt, du musst nicht mehr Teile für ein bestimmtes Artefakt sammeln, sondern du kannst dir dann aussuchen, wofür investierst du diese Teile. Also im Endeffekt, wie alle anderen Artefakte ab Level 16, funktioniert das bei den temporalen Artefakten schon ab Level 1, was ich sehr gut finde. Scoply hat ja das auch nicht nur im Text, sondern auch als Video veröffentlicht, dass es kommt. Und die sagen, man soll sich das Great Eye, also das große Auge holen, damit man das meiste aus diesen Teilen rausholt. Weil das große Auge, da sieht man hinterher, es gibt eine ganze Liste der neuen Teile, durch die wir gleich mal schnell durchgehen, reduziert die Kosten, die du für einen Teil dieser temporalen Artefakte brauchst. Und deswegen sagte Scoply schon im Ankündigungsvideo, dass man sich das große Auge von ARA als erstes holen soll, damit die anderen Artefakte alle billiger werden. Ich werde mich sicherlich dran halten, wenn ich das ausprobiere. Das Ganze ist nur die Ankündigung und ich will ja nur kurz über die Ankündigung sprechen. Ich mache natürlich über die ganzen neuen Teile und wie man das macht und so weiter, dann natürlich auch wieder Videos, um dir dann zu zeigen, wie es funktioniert. Und dann weiß ich ja auch, was alles an Neuem da ist. Die verschiedenen Sachen, die es gibt, kann ich jetzt wie gesagt nur grob übersetzen, aber das ist das große Auge von ARA, das ist die Träne des Abgesandten, du weißt ja die Tränen der Propheten, das ist die, wie hieß das nochmal auf Deutsch, Orb, das waren ja Tränen der Propheten, sagten die Bajoraner, aber der Drehkörper. Also der Drehkörper des Abgesandten, der Drehkörper der Zeit, der Drehkörper der Prophezeiung. Dann gibt es Jahila, dann gibt es La'Ans Uhr aus dem 21. Jahrhundert, wenn du die Folge gesehen hast, wo sie da durch die Zeit gereist ist mit Kirk. Da hat sie ja eine Uhr bekommen im Verlauf dieser Folge bei Strange New Worlds. Dann gibt es der Stein der Erinnerung, dann gibt es ein temporales Observatorium, Neros Dreizack, dann gibt es Chroniton-Samples, sind Proben, also Chroniton-Proben, ein Krulmuth-B-Portal, ikonianische Tore, ein Boret-Zeitkristall, dann den Wächter der Zeit und das Buch der Kost-Amojan, das ist ja das Buch gewesen, womit Kai-Win fast die Kost-Amojan losgelassen hat, wo Dukat dann hinterher mit dem Buch dann in den Feuerhöhlen ins Feuer gefallen ist und für immer da bleiben wird. Das war die letzte Folge von Deep Space Nine. Und die haben halt alle andere Fähigkeiten. Das Auge von Ara, wie gesagt, ist das Wichtige, weil es dann die anderen Teile billiger macht. Interessant finde ich tatsächlich dann auch Lahans Uhr, weil Konstruktionszeiten sind bei mir jetzt schon richtig schlimm, aber auch der Stein der Erinnerung mit einer Verstärkung der täglichen Syndikaterfahrungspunkte ist eine sehr schöne Geschichte. Also die Artefakte finde ich ganz gut, die da kommen. Ob ich das gut finde, nochmal eine neue Runde zu haben, die ich andauernd machen muss, weil die Cindy sind jetzt schon sehr nervig zu allem anderen, was man zu machen hat. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, den ganzen Loop werde ich sicherlich auch nochmal als Video machen, wie man da durchkommt und wie der Umtausch und so weiter funktioniert. Aber das jetzt als Ankündigung zu das, was uns heute Abend erwartet, neben natürlich sicherlich neuen Offizieren und so weiter, da halte ich natürlich auch die Augen offen zu den Ankündigungen und werde dann hoffentlich noch ein Video veröffentlichen vor dem neuen Arcfall. Es wird heute dann wahrscheinlich kein 18 Uhr Video geben, sondern ein 16 Uhr Video, wenn ich es hinbekomme. Und dann schauen wir mal, was sonst noch alles kommt. Aber das war jetzt erstmal der große Teil mit den stillen Feinden und den temporalen Artefakten, die das Kernstück sozusagen des dritten Teils des Enterprise Arcs ausmachen werden. Und wenn du jetzt schon so früh, bevor wir es überhaupt gesehen haben, noch was hinzufügen möchtest, deine Meinung zu den neuen Artefakten, dann schreib es doch bitte in die Kommentare. Und wenn du ansonsten allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche oder auch nur Hallo sagen willst und wo du herkommst, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein Video sehen willst, das nächste ist hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.